Yo was geht Leute hier ist euer Schalker Games und willkommen zu einer Runde GTA zusammen mit den Flo. Hey. Ja Leute wir spielen heute ein GTA Rennen. Wie ihr seht wahrscheinlich schon, dass wir den Runa haben und der vor mir kann nicht Auto fahren und der andere haut mich runter. Ich werde einfach gleich bei den ersten fünf Sekunden runtergauen. Welcher Platz bist du jetzt? Hinter dir. Ich kann meine Kamera nicht so weit hin. Warte kurz ich hab grad einen Übersprung. Oh, ich hab grad jemanden richtig geht. Der Junge der hat mich auch gerade richtig. Ey, das ist richtig komisch wenn man mit so vielen spielt. Welcher Platz bist du Sebi? Ich bin grad siebter. Du? Ich vierter. Fuck. War gar nicht schwer vierter zu werden. So. Ich bin ich vierter. Ja ich häng hinter zwei. Okay. Können wir mir sein, dass ich jetzt... Oh Junge. Oh Junge. Oh Junge. Oh Junge. Jetzt bin ich wieder vierter. Komm Digga, wir boosten uns gegenseitig und dann kommen wir beide jetzt auf der Erste und Zweiter. Junge, als ob... Was ist denn dieser Rosane für ein Hurensohn? So. So. Äh. Haben ich nicht gesagt. Ey Junge, aber mal ehrlich. Was ist das für ein Spaß mehr? Weißt du, er dreht mich die ganze Zeit und craft dich selber, Alter. Was für ein Spaß. Ja ich bin Zweiter. Ich bin jetzt Achter wieder. Äh. Ich bin fast am Ersten drin. Komm, ich will auf dem ersten Platz sein. Alter du jetzt so weit vorne bist man nur wegen... Nein, nein. Ich muss auch hin zu fluchen, Leute. Sorry. Ähm. Ja. Oh Scheiße. Jetzt muss ich Dreieck drücken. Weil ich scheiße angestellt hab. Ja. Das ist... Aber ich bin immer noch Zweiter, cool. Da vorne ist der Erste. So. Ja, ich bin jetzt Fünfter. Sieht das auch ein bisschen ordentlich aus. Gerade mal so. Oh Mann ey. So. Springen wir jetzt mal eine ordentliche Runde. So. So. Nein, dieser Scheiß-Rosa nimmt mich nicht nochmal. Und ja, den Weg läuft ey. Dieser Typ... Ah verdammt. Oh Jule. Ich bin Vierter. Ach nein, jetzt bin ich Dritter. Nein, ich Idiot. Ey, ich seh dich. Was denn? Ich bin hinter dir gewesen. Echt? Ja. Aber dann bin ich auch... Ist auch in die Seitenwand reingerast. Ja. Ja. Was macht der da? Weiter. Weiter. Dann fahren wir... Dein Froh, Sebi. Es ist nur eine Runde. Nicht so wie vor uns zwei Runden. Oder drei. Und dann noch so ewig lang. Ey, dieser... Aaaaaaah. Ey. Die Nerven zusammen. Jetzt bin ich wieder Elfter. Ey, ich hasse das so krass, ne. Wirklich, da ist immer dieser eine Typ, der dir alles versaut. Oh. Ey, seid froh, ich bin's nicht. Ja. Das ist auch... Selten. Der Fall, dass du es nicht bist. Ähm. So. Schnell. Los, weiter jetzt. Auf jeden Fall schaffen wir es locker noch siebter oder so zu werden. Denn wir haben hier Nuss. Ich bin fast Zweiter. Als ob. Ja, ich bin wieder Zweiter. Krass. Komm, da ist der Erste, den schnappen wir uns auch noch. Komm mal. Ich bin jetzt auch wieder unterwegs. Ja, ich bin Erster. Schick. Spaß. Ja. Als ob jetzt. Doch, ich hab gewonnen. Ich bin einfach übers Ziel gesprungen. Ich bin so eifert. Ich bin so eifert. Ich bin so eifert. Als ob du übers Ziel gesprungen bist. Ja, nicht übers richtige Ziel. Oder so. Eine Bug da unten. auf der Straße rum irgendwo. Ja manche. Der Pinke packt unten auf der Straße rum. Also brauchst du dir keine Sorgen machen. Oh Junge. Oh Junge. Oh Junge. Oh Sebi. Oh. Und nochmal springen. Kein Spaß. Nein. Jetzt nicht. Oh Junge. Oh Junge. Oh Junge. Überhol. Überhol. Nicht springen. Nicht Fallschirm. Nicht Fallschirm. Ich bin siebter. Genau. Nein. Nein. Fahr. Oh. Oh Junge. Fahr Junge. Fahr Junge. Fahr Junge. Oh siebter. 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 Gerade so siebter. Oh mein Gott. Ich bin erster. Hey Junge. Als ob du erster bist. Doch. Ich bin erster geworden. Als hingefunden. Glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. Ich bin richtig gut gefahren am Ende nochmal. Der 30er. Der 30er. Nein. Das ist doch der der nicht gemobbt hat. Ja. Das war dieser Mixer. Ich bin erster. Wie viel Knete kriege ich? 11.000. Ich hab zwei bekommen. Okay. Kann man sich nicht beschweren. Ja. Oh mein Ernst. Du gewinnst ey. BFSN. Sei gestopflos. Jaja. Ey. Zum Glück hab ich nicht gewettet. Mann Mann Mann. Okay. Wir haben das Rennen sogar nicht beendet. Ich fand's eigentlich ganz gut. Wett mir mal gut. Wir beide mit der Kuhfarbe. Ja man. So muss es sein. Was ist jetzt fahren? Ich weiß nicht. Mir egal. Was nimmst du? Ich fahre alles mit. Ja man. Ah ja. Wo alle Voltig gehen. Ja ja. Wo alle Voltig gehen. Dann geh ich auch Voltig ja. Dann machen wir Voltig. Ja. Mal sehen hab ich da auch erster Wert. Aber mit dem Rocket Voltig bin ich ja so gut wie mit dem Runner. Den Runner den hab ich ja trainiert bei diesem Overtime Wumble. Mhm. Da hab ich den nur trainiert. Ja klar. Ja. Zu beherrschen. Und jetzt hast du dir ja grad gesehen was ich alles rausbekommen hab. Ja. Trotzdem bin ich eine arme Sau. Ich bin auch aus dem Grad. Hm? Wie spät? 14.30 Uhr. Ja. Dann zeig ich noch ne Runde. Dann zeig ich einfach weiter Hill Club Race. Oh man. Ja. Was weißt du was sonst zu werden. Es lädt. Oh. Oh tot. Oh Gott. Drück auf Start Konto Leute. Hm. Du weißt denn deine Aufnahme darf auch keine Videos abspät. Ja ja ja. Ist kein Video. Ja so. Hm. So richtig entscheiden kannst du dich nicht oder? Rein oder raus. 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 Was? das geht wieder los ich hab 24 gewonnen und zwar hat sie verloren 667 38 gewonnen 197 verloren 38 von 197 5 von 47 0 von 87 2 von 100 314 6 von 80 und dann bin ich wieder bei mir so leuchten geht es jetzt weiter und ich hänge ganz hinten bist du auch wieder ich glaube ich bewege mich erst mal nicht weiß wie ich meine kein boost hat geben ich glaube ich habe die schloss entscheidung gemachten jedoch nicht ich habe muss gegeben und ich bin eigentlich gut weggekommen ja ich würde ich wurde natürlich ich habe natürlich gewartet und fünf leute haben nicht weg ich bin vierter nein zweiter ich bin zweiter ich bin fünfter das ist gut denn denn ich habe gerade einen im springen überholt hier einer rennt weg wir sind ich bin dritter vierter weiter ich wäre wieder erster ich will wieder erster das ist mein richtiger wollte ich hab doch ein ich muss immer in diesen schwestkuchen aufpassen risiko auf das auto kannst du natürlich nirgendwo trainieren hi hi oh man ich war so ein idiot ich habe es in der kurve benutzt ich auch trotzdem noch ich bin einfach trotzdem noch zweiter ich bin ich bin trotzdem noch dritter das ist krass mit diese farben alter kennst du noch diese denn das erinnert mich noch richtig daran so jahre sind wir gerade noch zweiter also zweiter kann ich leben mit oder also kommen ja zweiter ist nicht so mal so schlecht ja ich bin gerade erster ich bin gerade ja ja das ist nur anzeige back hören war gerade nur weil ich bin gleich kriegen wir wahrscheinlich irgendwo raus oh man alter das ist so fancy diese farben immer alter die werden so richtig meine aufnahme faken glaube ich so jetzt schon die kurve damit ja da ist jemand war gar nicht da bis auf die dauert noch ein stück sebi da ist noch zeit um erster zu werden ich werde erster hier ich mache ja im moment werde ich ja nicht irgendwie weg und ich kann ja nur durch eigene dummheit sterben und eigene dummheit ist immer gut für mann also okay ich bin jetzt auch gerade also es passiert öfters durch eigene dummheit und eigene dummheit perfekt oh nooo okay ich lebe ich bin ich lebe und bin immer noch erst mal mit eigener dummheit ahaha alter ist auch gestorben genau da wo ich gestorben bin Junge was soll das was drängst du mich ab alter abonak ja okay ich bin immer noch zweiter ich habe richtig abstand ich habe richtig abstand ja glaube ich dir und runter mit dem turbo jämmern ich mag es wenn die leute zu dumm sind und ihr turbo einfach für weiter voran ziehen benutzen und nicht um beim sprung einfach auf die strecke dann wieder zu kommen es ist immer mein vorteil dann ja das stimmt auch man sich dafür hat es geht weiter aber ich habe jetzt welche auch gerade so dumm wo ist die strecke und aus strecke wird er so eklig noch junge was machst du denn da vor mir alter trink mich halt noch mehr an so dass keiner von uns beiden gewinnen kann okay ich bin jetzt okay okay ich glaube ich bin erster ich bin erster ich bin erster einfach nö bist du nicht in der tabelle ändert sich nichts ach jetzt bist du erster ich bin einfach erster und gewinne das rennen ich gewinne das fucking rennen nein und ich wette nicht auf mich ich idiot das ist immer dieser moment wenn man nicht auf sich wettet kennst du das und wo bist du auto ist hier ach scheiße man ich will grad dich angucken nein ich bin dritter das ist auch gut ja damit kann man mal leben muss man sagen es ist sehr gut auf jeden fall sind jetzt hier noch ein paar auf gar heißt wir gehen noch über fünf minuten heißt dass wir schon über so 11.000 kriegen das ist gut gesundheit okay leute auf jeden fall sind wir erst da gucken wir mal wie viel geld war aber 14.000 gesundheit ok ist gut auf jeden fall leute da will ich auf jeden fall sagen wenn euch die folge gefallen hat lasst auf jeden fall like da besucht meinen kanal könnt auch gerne bei fluch vorbeischauen link ist in der beschreibung und dann würde ich sagen haut rein